Und er ging aus von dannen und kam in sein Vaterland, und seine Jünger folgten ihm nach. Und da der Sabbat kam, hob er an zu lehren in ihrer Schule. Und viele, die es hörten, verwunderten sich seiner Lehre und sprachen, Woher kommt dem solches? Und was Weisheit ist es, die ihm gegeben ist, und solche Taten, die durch seine Hände geschehen? Ist er nicht der Zimmermann, Maria Sohn und der Bruder Jakobi und Joses und Jude und Simonis? Sind nicht auch seine Schwestern all hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, Ein Prophet gilt nirgendweniger, denn im Vaterlande und daheim bei den Seinen. Und er konnte allda nicht eine einzige Tat tun. Ohne wenigen Siechen legte er die Hände auf und heilte sie. Und er verwunderte sich ihres Unglaubens. Und er ging umher in die Flecken im Kreis und lehrete. Und er berief die Zwölfe und hob an und sandte sie, je zwei und zwei, und gab ihnen Macht über die unsauberen Geister. Und gebot ihnen, dass sie nichts bei sich trügen auf dem Wege, denn allein einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel, sondern wären geschuht, und dass sie nicht zwei Rücke anzögen. Und sprach zu ihnen, Wo ihr in ein Haus gehen werdet, da bleibet innen, bis ihr von dann zieht. Und welche euch nicht annehmen, noch hören, da geht von dannen heraus und schüttelt den Staub ab von euren Füßen zu einem Zeugnis über sie. Ich sage euch, wahrlich, es wird Sodom und Gemorra am jüngsten Gericht erträglicher gehen, denn solcher Stadt. Und sie gingen aus, und predigten, man sollte Buße tun, und trieben viele Teufel aus, und salbten viele Sieche mit Öl, und machten sie gesund. Und es kam vor den König Herodes, denn sein Name war nun bekannt, und er sprach, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, darum tut er solche Taten. Etliche aber sprachen, Er ist Elias, Etliche aber, Er ist ein Prophet, oder einer von den Propheten. Da es aber Herodes hörte, sprach er, Es ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist von den Toten auferstanden. Er aber, Herodes, hatte ausgesandt und Johannem gegriffen und in das Gefängnis gelegt, um Herodias Willen, seines Bruders Philippi Weib, denn er hatte sie gefreiet. Johannes aber sprach zu Herodes, Es ist nicht recht, dass du deines Bruders Weibhaar bist. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten und konnte nicht. Herodes aber fürchtete Johannem, denn er wusste, dass er ein frommer und heiliger Mann war, und verwahrte ihn und gehorchte ihm in vielen Sachen und hörte ihn gerne. Und es kam ein gelegener Tag, dass Herodes auf seinen Jahrestag ein Abendmahl gab, den obersten und Hauptleuten und vornehmsten in Galiläa. Da trat hinein die Tochter der Herodias und tanzte und gefiel wohl dem Herodes und den, die am Tische saßen. Da sprach der König zum Mäglein, Bitte von mir, was du willst, ich will es dir geben, und schwur ihr einen Eid, Was du wirst von mir bitten, will ich dir geben, bis an die Hälfte meines Königreichs. Sie ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter, Was soll ich bitten? Die sprach, Das Hauptjohannes des Täufers. Und sie ging bald hinein mit Eile zum König, bat und sprach, Ich will, dass du mir gebest jetzt sobald auf einer Schüssel das Hauptjohannes des Täufers. Der König ward betrübt, doch um des Eides willen und derer, die am Tische saßen, wollte er sie nicht lassen, eine Fehlbitte tun. Und bald schickte hin der König den Henker und hieß sein Haupt herbringen. Der ging hin und enthauptete ihm im Gefängnis und trug her sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mäglein, und das Mäglein gab es ihrer Mutter. Und da das seine Jünger hörten, kamen sie und nahmen sein Leib und legten ihn in ein Grab. Und die Apostel kamen zu Jesu zusammen und verkündigten ihm das alles und was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, Lasst uns besonders in eine Wüste gehen und ruhet ein wenig, denn ihrer waren viele, die ab und zu gingen und hatten nicht Zeit genug zu essen. Und er fuhr da in einem Schiff zu einer Wüste besonders. Und das Volk sah sie wegfahren, und viele kannten ihn und liefen da selbst hin miteinander zu Fuß aus allen Städten und kamen ihn zuvor und kamen zu ihm. Und Jesus ging heraus und sah das große Volk, und es jammerte ihn derselben, denn sie waren wie die Schafe, die kein Hürden haben, und fing an eine lange Predigt. Da nun der Tag fast dahin war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, Es ist Wüste hier, und der Tag ist nun dahin. Lass sie von dir, dass sie hingehen umher in die Dörfer und Märkte und kaufen sich Brot, denn sie haben nichts zu essen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, Sollen wir denn hingehen und 200 Pfennig wert Brot kaufen und ihn zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und sehet. Und da sie es erkundet hatten, sprachen sie, Fünf und zwei Fische. Und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten bei Tischen voll, auf das grüne Gras. Und sie setzten sich nach Schichten, je hundert und hundert, fünfzig und fünfzig. Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf gen Himmel und dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie ihnen vorlegten. Und die zwei Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben auf die Brocken, zwölf Körbe voll und von den Fischen. Und die da gegessen hatten, derer waren fünftausend Mann. Und alsobald trieb er seine Jünger, dass sie in das Schiff treten und vor ihm hinüberführenden Bezeider, bis dass er das Volk von sich ließe. Und da er sie von sich geschafft hatte, ging er hin auf dem Berg zu beten. Und am Abend war das Schiff mitten auf dem Meer und er auf dem Lande allein. Und er sah, dass sie Not litten im Rudern, denn der Wind war ihnen entgegen. Und um die vierte Wache der Nacht kam er zu ihnen und wandelte auf dem Meer. Und er wollte vor ihnen übergehen. Und da sie ihn sahen auf dem Meere wandeln, meinten sie, es wäre ein Gespenst, und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber eissobald redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, Seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und trat zu ihnen in das Schiff, und der Wind legte sich. Und sie entsetzten und verwunderten sich über die Maße. Denn sie waren nichts verständiger geworden über den Broten, und ihr Herz war verstarrt. Und da sie hinübergefahren waren, kamen sie in das Land Genezareth und fuhren an. Und da sie aus dem Schiff traten, eissobald kannten sie ihn. Und liefen alle in die umliegenden Länder und hoben an die Kranken umherzuführen auf Betten, wo sie hörten, dass er war. Und wo er in die Märkte oder Städte oder Dörfer einging, da legten sie die Kranken auf den Markt und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Kleides anrühren möchten. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Und es kamen zu ihm die Pharisäer und etliche von den Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Und da sie sahen etliche seiner Jünger mit gemeinen, das ist, mit ungewaschenen Händen das Brot essen, versprachen sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, sie waschen denn die Hände manchmal, halten also die Aufsätze der Ältesten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, sie waschen sich denn. Und des Dingen ist viel, das sie zu halten haben angenommen, vom Trinkgefäßen und Krügen und Ehrengefäßen und Tischen zu waschen. Da fragten ihn nun die Pharisäer und Schriftgelehrten, »Warum wandeln denn deine Jünger nicht nach den Aufsätzen der Ältesten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen?« Er aber antwortete und sprach zu ihnen, »Wohlsein hat von euch Heuchlern Jesaja geweißsagt, wie geschrieben steht. Dies Volk ehret mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Vergeblich aber ist es, dass sie mir dienen, die weil sie lehren solche Lehre, die nichts ist, denn Menschen gebot.« »Ihr verlasset Gottes Gebot und haltet der Menschen Aufsätze, von Krügen und Trinkgefäßen zu waschen, und dergleichen tut ihr viel.« Und er sprach zu ihnen, »Wohlsein habt ihr Gottes Gebot aufgehoben, auf das ihr eure Aufsätze haltet. Denn Moses hat gesagt, »Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben.« »Ihr aber lehret!« »Wenn einer spricht zum Vater oder Mutter, Korban, das ist, wenn ich opfere, so ist dies viel nützer, der tut wohl. Und so lasst ihr hinfort ihn nichts tun, seinem Vater oder seiner Mutter, und hebt auf Gottes Wort durch eure Aufsätze, die ihr aufgesetzt habt, und dergleichen tut ihr viel.« Und er rief zu sich das ganze Volk und sprach zu ihnen, »Höret mir alle zu, und vernehmt es. Es ist nichts außer dem Menschen, das ihn könnte gemein machen, so es in ihn geht, sondern das von ihm ausgeht, das ist es, das den Menschen gemein macht. Hat jemand Ohren zu hören, der höre.« Und da er von dem Volk ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger um dieses Gleichnis, und er sprach zu ihnen, »Seid ihr denn auch so unverständig? Vernehmt ihr noch nicht das alles, was außen ist und in den Menschen geht? Das kann ihn nicht gemein machen. Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch, und geht aus durch den natürlichen Gang, der alle Speise ausfäget.« Und er sprach, »Was aus dem Menschen geht, das macht den Menschen gemein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, gehen heraus böse Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Geiz, Scheikheit, List, Unzucht, Scheiksauge, Gotteslästerung, Hofart, Unvernunft. All diese bösen Stücke gehen von innen heraus und machen den Menschen gemein. Und er stand auf und ging von dannen in die Grenze Tyrus und Sydon und ging in ein Haus und wollte es niemand wissen lassen und konnte doch nicht verborgen sein. Denn ein Weib hatte von ihm gehört, welcher Töchterlein einen unsauberen Geist hatte, und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Und es war ein Griechisch-Weib aus Syrophönüse, und sie bat ihn, dass er den Teufel von ihrer Tochter austreibe. Jesus aber sprach zu ihr, »Lass zuvor die Kinder satt werden. Es ist nicht fein, dass man der Kinder Brot nehme und werfe es vor die Hunde.« Sie antwortete aber und sprach zu ihm, »Ja, Herr, aber doch essen die Hündlein unter dem Tische von den Brotsamen der Kinder!« Und er sprach zu ihr, »Um des Wortes willen, so gehe hin, der Teufel ist von deiner Tochter ausgefahren.« Und sie ging hin in ihr Haus und fand, dass der Teufel war ausgefahren und die Tochter auf dem Bette liegend. Und da er wieder ausging von den Grenzen Tyrus und Sydon, kam er an das Galileische Meer, mitten unter die Grenze der Zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen Tauben, der stumm war, und sie baten ihn, dass er die Hand auf ihn legte. Und er nahm ihn von dem Volke besonders und legte ihm die Finger in die Ohren und spützte und rührte seine Zunge und sah aufgen Himmel, seufzte und sprach zu ihm, »He, Vater, das ist, tue dich auf!« Und also beitaten sich seine Ohren auf und das Band seiner Zunge ward los und redete recht. Und er verbot ihnen, sie sollten es niemand sagen. Je mehr er aber verbot, je mehr sie es ausbreiteten und verwunderten sich über die Maße und sprachen, »Er hat alles wohl gemacht, die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend.« Missstände verschwinden nicht, wenn du wegschaust und weghörst, indem du dich narkotisierst. Glaube nicht den Abbildern des Bildschirmes. Sie bewirken, dass du auf Abwege gerätst, damit sich das Übel ungehindert ausbreiten kann. Durch den Bildschirm wirst du betäubt, damit du das Unheil zulässt. Merkst du nicht, dass du bereits in Flammen stehst? Willst du nicht erkennen, dass alles um dich herum zu Asche herunterbrennt? Kannst du nicht zwischen gesund und ungesund, richtig und falsch oder gut und böse unterscheiden? Bestelle das Fiebelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fiebelzeit.de Das Fiebelheft